kein sein ohne seiendes die heidecker kritiker daunus als zentrum negative dialektik wenn etwas toto köhlo von dem unterschieden ist was heidecker denkt dann ist es der satz kein sein ohne seiendes in seiner lange vor sein und zeit verfassten habilitationsschrift in der mittels interpretation zweier scholastischer schriften eine reine bedeutungslehre konzipiert wird kurs als bedeutungslehre die immerhin noch ein gewissen gegenüber dem seienden hat dieses letztlich ausgemerzt in der metaphysik spielte gerade das wesens was dass die bestimmtheit es seien denn hervorhebt eine dominante rolle auch bei der bestimmung des menschen als animal rationale vernunft begabtes lebewesen oder zonen politikern oder zonen locker und echern politisches lebewesen oder sprachbegabtes lebewesen geht es um das was aber genau dieses was zum verschwinden zu bringen gern von heidecker auch als vernichtung bezeichnet ist es aber gegen dass die ganze kritische philosophie adornos steht worüber er auch kein zweifel lässt ich zitiere aus der negativen dialektik die dialektik von sein und seienden dass kein sein gedacht werden kann ohne seiendes und kein seiendes ohne vermittlung wird von heidecker unterdrückt die momente die nicht sind ohne dass das eine vermittelt wäre durch das andere sind ihm unvermittelt das eine und dies eine positives sein aber das kalkül geht nicht auf das schuldverhältnis der kategorien wird eingeklagt mit der forke ausgetrieben kehrt seiendes wieder nur so lange ist das vom seienden gereinigte sein urphänomen wie es doch wiederum das seiende in sich hat dass es exkludiert heidecker wird heidecker wird damit fertig in einem strategischen meisterstück es ist die matrix seines denkens insgesamt mit dem terminus und logische differenz legt seine philosophie die hand noch aufs unauflösliche moment des seienden diesen vorgang formuliert adorno als triumph über die ontologien die von der heideckers abweichen sich darum wird es auch ein wenig gehen dass die ontologie heideckers mit den ontologien im klassischen sinne sei es platon bin ich besser zu verstehen jetzt ja also dieser vorgang formuliert diesen vorgang formuliert adorno als triumph über die ontologien die von der heideckers abweichen das bedeutet dass er sich darüber völlig im klaren ist dass die metaphysiker generalis oder ontologie das ganze abendländische denken insbesondere auch das jüdische wie die schwarzen hefte ist unabweisbar machen in einem philosophischen vernichtungskrieg geopfert werden soll noch mal adorno darüber heideckers triumph über die minder gewitzigten anderen ontologien ist die ontologisierung des ontischen das kein sein ist ohne seiendes wird auf die form gebracht zum wesen von sein gehöre das sein von seienden damit wird ein wahres zur unwahrheit das seiende zum wesen sein bemächtigt sich dessen was ist in der dimension seines an sich sein wiederum nicht sein möchte des seienden dessen begriffliche einheit der wortsinn von sein immer auch meint die gesamte konstruktion der ontologischen differenz ist ein poten kinesches dorf ohne die nominalistische liquidierung der objektiven wesenheiten und ihres obersten begriffs des seins wäre die vernichtung der metaphysik von der heidegger spricht nicht möglich heideggers fundamental ontologie überbietet die vorherige kritik an metaphysik als bloßen platonischen und aristotelischen hirngespinsten die sie seien nicht man denke also weite züge der aufklärung das gilt auch hinsichtlich der politischen implikationen seiner ontologie dessen rückwirkung auf philosophie überhaupt jede perspektive die über das hier und jetzt und dessen seins geschichtlichen fatalität hinausgingen verlangt wird hörigkeit gehorsam gegenüber dem geschick des seins auf das sich geschichte reduziere der erste weltkrieg ist historischer kontext solcher überlegungen unter bellizistischen metaphorik wenn adorno von poten kinschen dorf spricht so bezieht er sich auf eine legende die schon katharina die große widerlegt hatte nämlich indem sie sagte fürst pot jomkin wäre bei ihm wäre alles echt gewesen und in der tat war es eine geburt des knights wenn in einem reisebericht stand städte dörfer gutshöfe manchmal auch einfache hütten waren derart mit blumen bemalten dekorationen und triumphbögen geschmückt dass ihre aussehen das auge täuschte und schienen wundervolle durch zauberei geschaffene städte zu sein indem er die kaiserin mit solchen wundern umgab als sie durch die ländereien die erst vor kurzem mit waffen untergekriegt wurden vorbeifuhr hoffte pot jomkin ihren ehrgeiz zu erregen und ihr den wunsch und den mut einzuflößen sich zu neueren eroberungen zu entschließen aber dieses bild das nicht der wirklichkeit entspricht hat sich zu einem topos gemausert den adorno hier zu recht verwendet das bild trifft auf heiter gar ja zu der ein poten kinsches dorf in dem sinne dieses bildes konstruierte im reich der einbildungskraft oder fantasie ist das ja auch manchmal unwichtig ob der historische ursprung nicht stimmt warum nun heidegger so etwas im reich des geistes errichtet wie ein solches dorf erläutert adorno es wird aufgerichtet nur damit der zweifel am absoluten sein vermöge der these vom seienden als einer seinsweise des seins desto souveräner sich abweisen lässt in dem alles einzelne seiende auf seinen begriff den es ontischen gebracht wird verschwindet daraus was es gegenüber dem begriff zum seienden macht die formale allgemein begriffliche struktur der rede von ontischen und all ihrer äquivalente setzt sich anstelle des den begrifflichen heterogenen inhalts jenes begriff das in einem nicht auf heideggerischen bezogenen kontext im systematischen kapitel der negativen dialektik die an heidegger gewonnene kritik wiederholt wird an einem anderen gegenstand macht deutlich dass die kritik an heidegger das dialektische denken adornos mehr bestimmte als diejenigen die früher mal große ähnlichkeiten oder parallelen der beiden denker behaupteten denkt darin beispielsweise an hermann mörchern aber adorno jetzt in diesem systematischen kapitel was auch namensgebend jetzt dass kein sein ohne seiendes dass etwas als denknotwendiges substrat des begriffs auch dessen vom sein ist die äußerste doch durch keinen weiteren denkprozess abzuschaffen der abstraktion des mit denken nicht identischen sachhaltigen ohne dass etwas kann formale logik nicht gedacht werden sie ist nicht zu reinigen von ihrem metallogischen rudiment das mehr als problematische an heidegger das wort vom begriff kann man ja nicht die rede sein und darf es nach heidegger nicht sein ist ihm zufolge ja von jeher missverstanden worden damit ging er ja immer hausieren aber er versprach sich von diesem seins verständnis die vollkommene umwälzung der kultur in der tanatologie hans ebelings wird auf den zusammenhang von weltkrieg unter frage des todes bei heidegger hingewiesen der tod wird in diesem krieg zum ende in jeder hinsicht vor heidegger gab es immerhin noch die hoffnung auf umsterblichkeit die diese preis dieser preis gibt was an bedürfnissen spricht das ludendorff nicht artikulieren konnte aber dafür horkheimer da gibt es eine anekdote auf die sich adorno hier bezieht heute wie damals gilt der bescheid den horkheimer einer ergriffenen erteilte die sagte heidegger habe doch wenigstens die menschen endlich wieder vor den tod gestellt ludendorff habe das viel besser besorgt tod und dasein sind identifiziert der tod wird zur reinen identität als das an einem seienden was schlechterdings nicht einem anderen zukomme als ihm selber das ist der grund der eigentlichkeit zitiert philosophie so adorno überlebt aus gründen die heidegger gar nicht akzeptiert hätte als kritik vor allem auch im sinne des widerstands gegen die sich ausbreitende heteronomie aber auch als wie auch immer machtloser versuch des gedankens seiner selbst mächtig zu bleiben die heideggerische philosophie wenn man sie so nennen will ist wie alles wie wir alle nicht einfach referierbar allein wegen seiner sprache der für die des seins hält es soll erst einmal darum gehen über reflektion der entstehung des heideggerischen denkens aus neukantianismus und phänomenologie der er sich zurechnete zunächst durch eine sprachkritik zu zeigen wie heidegger überhaupt so zu einem denken gekommen ist das dann im weltkrieg unterwerfung übte um sie dann philosophisch zu verewigen der zerfall der sprache der sich in heideggers fundamental ontologie zeigt deutet sich schon an in den rettungsversuchen die ihr eigentlich aufhelfen sollten schon karl kraus machte sich über sprache als haus des seins lustig aber wie kommt jemand zu solchen denken hermann schweppenhäuser bei dem ich auch viel gelernt habe damals in lüneburg wo ich da so schwarz studierte hermann schweppenhäuser arbeit bei adorno kam zu folgendem ergebnis sprache wird erst in dem augenblick zur offenbarung des seins erhöht wo gespürt wird dass es sie geschichtlich nicht mehr gibt erst da wo sie in kundgabe und bericht in massivem laut und kahles zeichen der information zerfallen und aller geist aus ihr gewichen ist erscheint ihr ein fremdes urbild das gespenst des geistes über den trümmern der sprache sie wird als sie selbst beschworen und fetischisiert philosophie ratifiziert dass der geist aus der sprache verjagt wird indem sie die sprache als sein jenseits des geistes hypostasiert die sprache die sich erst postulieren muss ist der bankrott ihrer selbst so bilden in der philosophie in der sprache in der des seins selbst und modernen sprachgebrauch experiment und verdinglichung gegenstücke voneinander ontologie der sprache kann über die entfremdete sprache der ontologie nicht hinwegtäuschen orakel wird sprache da wo denken denken seiner vermittlung sich entschlägt und ein letztes beschwört vor ihm sollen die menschen verstummen als ausharren und wachen schweigen und hörigkeit soll an denken auf ankunft und offenbar werden des seins warten ontologie die der sprache alles gibt und den menschen alles nimmt verhält diese zur unmündigkeit mit der faktischen stummheit der menschen verklärt sie die misere als geschick dass erst das sein ende wenn heidegger von menschen spricht so ist von der humanität die ihn den menschen ausmacht nichts mehr geblieben als ein wie das jener da sein nennt zitiere aus subjekt und da sein da sein ist der terminus für das seiende mensch aber das was in ihm ausgesprochen wird ist gerade nicht das seiende mensch als ein seiendes sondern designs verfassung dieses seienden ja hier könnte man auch schon das zeigen was noch mehrmals gesagt werden wird das was nicht das toti wird auf dass das letztendlich immer wieder gebracht bei heidegger das werden wir auch noch an den begriff der existenz die sich von den klassischen begriffen unterscheidet sehen da sein ist ein sein dass es um sein sein geht im sinne eines in der welt seins das da sein das da drückt ein zeit aspekt aus ist ein sich vorweg sein dass seine grenze im tode hat die ja nach dem diktum herrkammers mehr noch als heidegger von ludendorf abgesteckt wurde im kontext des krieges werden die soldaten aus der anonymität des manns in die gemeinschaft des soldatentodes gestellt es läuft auf die auflösung des was im das hinaus und die rede von ontologischer differenz die das zum ausdruck bringen soll ist tautologisch sein ist das was nicht seiendes ist seines ist das was nicht sein ist wenn ich alle neologismen und oder um funktionierungen um deutung gar um lügereien heideggers darstellen würde sie sind wir hier nächstes jahr noch darum wird es erst einmal um eine sprachkritik gehen die kritik adornos an heidegger ist immer zugleich sprachkritik gewesen wie adorno bereits in der frühen drei in den frühen dreißiger jahren in seinen thesen über die sprache der philosophen anmerkte alle philosophische kritik ist heute möglich als sprachkritik diese sprachkritik hat sich nicht bloß auf die adäquation der worte an die sachen zu erstrecken sondern ebenso wohl auf den stand der worte bei sich selber es ist bei den worten zu fragen wie weit sie fähig sind die ihnen zugemuteten intentionen zu tragen wie weit ihre kraft geschichtlich erloschen ist wie weit sie etwa konfigurativ bewahrt werden mag adornos heidegger kritik und das schließt seine schüler und mitarbeiter also keins haak hermann schweppenhäuser kurt jürgen hoch die alle arbeiten geschrieben haben wo heidegger wesentlich vorkommt ist gleichzeitig sprachkritik in diesem sinne wir werden so gleich sehen dass der frühe sprachbegriff heideggers bei adorno in den frühen 50er jahren erstmalig auch die habilitationsschrift heideggers von 1915 einbezogen wurde eng im benehmen mit seinen lehrern adorno hochkammer geschrieben und die negative dialektik verrät dies auch durchgehend bevor heidegger zu dem halt zu dem heidegger wurde der wirkungsmächtig wurde thematisierte er sprache als einer der inbegriffe reiner grammatik diese eher moderne erscheinung macht er fest an einer mittelärterlichen schrift dem modis signifikant die sie will grammatica spekulativer also eine abhandlung über die bedeutsamen verhaltensweisen der sprache oder spekulative grammatik neuerdings mal übersetzt worden heute ist diese schrift als traktat des thomas von erfurt bekannt also die zwischen 1300 und 1310 entstanden ist und und der bis martin grabmann 1922 dies wieder legte für eine schrift des lehrers von jenen thomas nämlich duns gotos gegolten hat was heiterge übernahmen und auch in späteren wiederveröffentlichung nie korrigierte da hätte man auch gute gründe dafür angeben können dass er verdunstgürtel zu halten aber das hat er dann nie getan also tot der thomas von erfurt kommt ja aus dieser modisten schule in der diskussion kann ich dann noch einiges dazu erzählen ich habe hier super bücher also die herausgabe der schrift und so was da könnte ich dann noch mal was anmerken dass sich heidegger anfang des 20 jahrhunderts neben der kategorien lehre von duns gotos mit der reinen grammatik von thomas beschäftigte hat auch mit der in der kapitalistischen industrialisierung sich verschärfenden arbeitsteilung zu tun die eine gewisse historische analogie im wechsel der arbeitsteilung der fakultäten hatte die zur größeren selbständigkeit der grammatik gegenüber der logik führte dazu könnte man dann auch noch einiges sagen kleiner hinweis also die vergleiche mit denkern die er heute auch sehr umstritten sind wie nur um schomsky mit mit diesem thomas nicht sind durchaus üblich geworden in der forschung einerseits wollte heidegger der grundgegebenheit der intentionalität eine ehrwürdige ahnenreihe verschaffen andererseits eine reine logik und reine grammatik grund legen die steht im zusammenhang mit der hosserl schule und dessen frontstellung der reinen logik gegen die psychologie und den historismus dies war von größter konsequenz für den fortgang von heideggers denken dass den sinn in der existenz fundieren und und das denken von den fesseln der logik befreien wollte entgegen des fast schon postmodern anmutenden anspruchs auf originalität bleibt das heideggerische denken fundamental ontologie und seinslehre in reine phänomenologie verstrickt das ist eine von hosserl begründete erkenntnis theoretische richtung die als ausgangspunkt ihrer untersuchung die phänomene das heißt die beobachtbaren sachen als solche wählt aber auch zu abstraktionen kommt die aus einer form von anschauung herrühren sollen der gang vom reinen sein sinn zum sein selbst bleibt wegen der wesenhaften leere doppel des seins höchst abstrakt der äquivoke begriff der logik will anhand von begriff und satz anstelle vom begriff urteil schluss bedeutungs analytisch das vermeinte erschauen und beschreiben nach der erforschung der vorlogischen elemente die sprache wird hierbei aus ihrem gegensatz zum außersprachlichen sinn befreit und selber zum logischen substrat ein reines autonomes reich der bedeutungen soll darauf gründen dass ihre ihren wörtern in einem reingehalt und ihre wörter in einen reinen gehalt und ihre zufällige lautgestalt zerfallen das empirisch zufällige moment ihrer geschichtlichkeit der bedeutungswandel an einer logischen fülle und mehrdeutigkeit der einen sprachphilosophischen begriff von denken gründen soll lässt allerdings reine logik und kategorien lehre wiederum fragwürdig werden was als ein moment von bewusstloser dialektik sich bei heidegger durchzieht bis hin zur unterscheidung von grundwörtern und gewöhnlichen wörtern wobei adorno jene als jargon also zu hält der sprache bezeichnete die ein ursprüngliches und echtes gegenüber dem gewöhnlichen und unechten fixiert dies allerdings in ein und derselben sprache zu tun gedenkt sprache wird so beliebig entweder zur dienerin des geistes oder zur wahren herren des menschen was erwartet heidegger von der behandlung der schulastischen schrift nämlich der phänomenologie ich zitiere jetzt aus dieser frühen schrift die ganze fixierung des begriffs der bedeutungslehre und ihre aufgabe wird auch eine entscheidung darüber ermöglichen inwiefern und inwieweit sich die philosophie mit der sprache zu beschäftigen hat und sich überhaupt beschäftigen kann wie ferner beziehungen bedeutungslehre zur logik zu denken sind diese fragen sollen anhand des allgemeinen teils der grammatica spekulativer des duns gotos behandelt werden also duns gotos muss man ja dann durch thomas ersetzen der thomas hat übrigens auch eine kategorienlehre geschrieben wäre eine andere arbeit geworden wenn heidegger das unter einem anderen namen hätte lassen heidegger scheidet zweierlei bedeutung eine eigentliche der der bedeutung an sich und ihrer struktur und die uneigentliche der bearbeitung der psychologischen bedeutungsprobleme im umfassendsten sinne alles was zu dieser sphäre gehört alles von dieser welt sei auszuschalten um in jene sphäre zu kommen reine bedeutungslehre steht gegen alles empirische und so dass dieses da politi der sprache ihre empirischen gestalt ihr werden und zwecke wie ausdruck mitteilung bezeichnung den unvermitteltem gegensatz zur bedeutung an sich steht dies wird uns an die probleme der ontologischen differenz von sein und seienden die es anderswo als bei heidegger nicht gibt heranführen aber weiter mit heidegger eine bedeutungslehre im sinne des traktates dem modis signifikandi hat also die an sich nicht belanglosen probleme auszuschalten die sich fragen über zweckmäßigkeit von zeichen erörtern solche über schwierigkeit und leichtigkeit des von bedeutungen beantworten ebenso wenig handelt es sich um die psychischen dispositionen die ein erfassen verstehen von bedeutung ermöglichen so wichtig sie als tatsächliche bedingungen aktuellen verstehens auch sein mögen noch die entstehung von bedeutung oder die zwischen zeichen und bedeutung verlaufende physiologisch psychische ursachen kette aus ihrem problemen bereich sind auch untersuchungen über die historische entwicklung von bedeutungen und solche über den bedeutungswandel ausgeschlossen sie betrachtet allein die bedeutung an sich und ihre struktur ohne diese fundamentale erkenntnis muss eine bearbeitung der psychologischen bedeutungsprobleme immer unsicher bleiben dies beruft sich noch auf rossals logische untersuchung zweites buch die die erörterung der reinen logik mit erörterung der sprache einleitet wo inhaltlich dasselbe formuliert wurde rossal geht davon aus dass abstrakte logische begriffe ihren ursprung in der anschauung haben in der sie durch ideierende abstraktion gewonnen werden reine fenomenologie sei alles aber keine erfahrungswissenschaft sie merzt alle animalischen realitäten und tatsächlichkeiten aus die dadurch im gegensatz zu reiner sprache und logik geraten der übergang vom tatsächlichen zum allgemeinen soll sich allerdings allein am allgemeinen legitimieren obwohl dieses ja nach der einsicht hegel schon am einzelnen also dem diesen hier und jetzt vorkommt also eine fenomenologie des geistes am anfang das allgemeine sei das unbedingte womit die wahrnehmungen also urteil und so weiter als solche gemeint sind das strenge prinzip der voraussetzungslosigkeit das angeblich eingehalten sein soll ist allerdings eine vielfältig vermittelte voraussetzungen worauf der titel meines vortrags ja auch aufmerksam macht kein sein ohne sein ist hier sind es die wesensintuitionen die nur auf dem boden gegebener denkerlebnisse möglich sind war genesis und geltung am anfang noch verknüpft kein genetisches gilt bereits so gilt am schluss nur das geltende eine transzendenz die vom transzendieren nichts mehr weiß dem entspricht bei heidegger der gedanke einer reinen oder a priorischen grammatik der gegenstand soll rein sein abgelöst vom empirischen grammatischen und das grammatische selbst sein rossal hat in der vierten logischen untersuchung in der grammatischen sphäre eine a priorische norm die nicht überschritten werden darf konzipiert analog zum unterschied von reiner logik und empirischen praktischen logischen in der reinen logik grenzt sich eine grundlegende sphäre reiner form lehre von bedeutung eine lehre in der gefragt wird wie das deutsche lateinische chinesische oder was auch immer etwa den existenzialsatz ausdrückt sie setzte eine reine grammatik voraus ein reines gerüst das umkleidet ist mit veränderlicher kleidung heidegger und hossard interessieren sich also für die nackte sprache will im von humboldt in des hatte gezeigt dass das denken nicht nur abhängig von sprache überhaupt ist sondern bis zu einem gewissen grad auch von jeder einzelnen sprache so dass eine reine grammatik nur in der bedeutung als lehre von aus abstrahierten grammatik möglich ist also diese klassik lässt natürlich wird da von hosser und heidegger natürlich hinter sich gelassen heidegger behandelt also eine scholastische ausarbeitung der idee einer reinen grammatik des für duns gotos gehaltenen thomas von erfurt und bezieht diese auf die kategorienlehre des duns gotos kategorienlehre entspricht so in etwa vom thema hier dem was aristoteles in der kategorien schrift geschrieben hatten dass wenn man die kategorien das durchgehen würde die zehn würde man schon merken dass die uns alles an grammatische kategorien erinnert mich also ortsbestimmungen zeitbestimmungen und solche solche dinge nicht und das ist auch eine reflektion auf sprach gewesen letztendlich also das erste des ersteren bedeutungs lehre beginnt mit der richtigen ansicht dass die reine der materialen bedeutungs lehre nicht entraten kann und ohne sprachlichen gewand gar nicht möglich ist vergisst das allerdings letztlich wieder das seiende bestimmtes seien des ist vom sein nicht zu eliminieren als laut komplex oder buchstaben zusammenstellung hat ein wort nach heidegger keine bedeutung in sich das wäre so eine art situation der ich etwas höre oder lese ohne die jeweilige sprache zu verstehen die sprache besitzt so keine intentionalität oder worte zeigen nichts an naja in dem fall ist es so dass die anderen die die sprache kennen natürlich wird die zeigt das etwas an aber für uns ja nicht wir wissen nur dass das möglicherweise geschieht heidegger schreibt jetzt noch dazu welche art zeichen ist nun das wort lässt es sich in die zahl der eben angeführten irgendwie einordnen die art der darbietung ist die durch die sinne also ist es eine sinnliche zeichen als komplex akustischer art als schriftzeichen visueller art wie es nun die relation zum bezeichneten zu bestimmen früher bei der scheidung von sprachgestalt und sprach gehalt wurde schon darauf abgehoben dass worte und wort komplexe als solche nichts anzeigen wie werden sie nun trotzdem zeichen uns gotos gibt einen deutlichen fingerzeichen wo es ihnen ist signum mit signum se offert sensu ii aiot der link wenns intellektui es bedarf also des bedeutungsverleihenden aktes ausdruck 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 ausdrücke sind also einheiten von zeichen und bezeichnetem ganz eigentümlicher art man sieht dass es noch nicht so die spätere eigentümliche sprache von heidegger deswegen habe ich das genommen weil man den übergang der besser begreifen kann mit dem bedeutungsverleihenden akt ist es wie mit den kieselsteinen im märchen hänsel und gretel die gretel aufsammelte um sie dann um wieder nach hause zu finden in bestimmten abständen auszulegen so stellt die fenomenologie sich vor wie dem bedeutungslosen stoff etwas mitgeteilt wird husserl und heidegger unterscheiden sich darin dass heidegger auf die sinnlehre der worte insistiert also sinnlehre wieder mit doppel e geschrieben sonst könnte man ja schon fast an ontologie denken wenn man lehre vom seien oder so etwas nicht also sinnlehre der worte insistiert solange ihnen nicht durch einen bedeutungsverleihenden akt bedeutung zugeschrieben wird es bedarf dennoch erst eines logischen hinblicks auf sprache ehe diese bedeutet während für husserl das sprachliche schon das wie auch immer mangelhafte logische ist husserl arbeitet sich von schwanken der bedeutung der deutschen sprache zu wie er sagt starren bedeutungseinheiten während heidegger auf bedeutungslose lautkomplexe insistiert das bloße wort unterscheidet sich russerl zufolge von vom bedeutsamen wort was er auf erfahrung basierend ausweist das bloße wort wird in der untersuchung beiseite geschoben ein symbolisches wortverständnis also arbiträre zeichen ist jetzt mit symbol gemeint in diesem kontext sind mit diesen worten gemeint er will aber auf die sachen selbst zurückgehen den klar vermeinten sinn wenn heidegger behauptet die wörter trügen nicht die bedeutung an sich sie würden erst sinnvoll nach vollzug der bedeutungsverleihenden akte dann reicht es aus sich bei den wörtern überhaupt etwas zu denken und plötzlich hat die ganze sprache bedeutung der unterschied von vagen und klaren bedeutung sprachlichen und logischen wird damit hinfällig worauf aber hosserl gerade wert legt bei heidegger ist das deswegen leichter weil er den wörtern nur das zu unterlegen braucht was er aus logik logik und kategorien lehre genommen hat die wörter sind dann immer schon kategorien und termini wenn er die am schullatein gewonnenen prinzipien in jeder sprach betrachtung geltend macht das ist das also entscheidende also hosserl macht seiner deutschen grammatik und heidegger am schullatein zwischen bedeutsamen und bloßen wörtern gibt es bei hosserl dagegen unterschiedliche sphären neben den symbolischen bedeutenden wort haben wir noch subjektive okkasinelle ausdrücke die elemente der kommunikation und empirische grammatiken deren existenz den parallelismus von denken und sprechen als zufällig erweist dieser parallelismus ist ja von aristoteles nach der einsicht von klaus öhler schon gedacht worden zitiere noch mal heidegger aber diese grammatisch relevanten bedeutungsunterschiede sind bald wesentliche und bald zufällige je nachdem eben die praktischen zwecke der rede eigenen ausdrucksformen für wesentliche oder für zufällige nur eben im wechselverkehr besonders oft auftretende bedeutungsunterschiede erzwingen der schwierigkeit der verselbstständigung einer theorie des reinen sinnes von der faktischen sprache ist sich hosserl bewusst was ich objektiv bestimmen lasse lässt sich in fixen wort bedeutung ausdrücken idealerweise um den preis des streichens der okkasinellen worte das ideal einer logisch angemessenen sprache müsste allen möglichen stoffen eindeutigen ausdruck verschaffen aber das geht nicht wodurch hosserl nur in die nähe der symbolsprache des logischen positivismus kommt aber den preis dafür nicht zahlen will subjektive ausdrücke aus seinem sprachbegriff auszumerzen das schwanken der bedeutung ist das schwanken des bedeutens die subjektiven bedeutungsverleihenden akte so dass sprachliche mehrdeutlichkeit lediglich ausdruck mangelhaften aktvollzug sei sprachliche ausdrücke zeigen so an dass es so etwas wie sinn gibt müssen aber weg abstrahiert werden wenn deutlich werden soll was reiner sinn sei ich zitiere noch mal schweppenhäuser es gibt wohl die sprache hingegen ist es gleichgültig sogar verwirrend dass es gerade diese ist denn es können beliebige zeichen eintreten diesem klar vermeinten zum ausdruck verhelfen und je unverfänglicher das heißt unabhängiger diese von den durch vorgedachten bedeutung schon belasteten sprachzeichen wären desto besser der sprachbegriff produziert aus sich selbst ein sprachideal das keine sprache mehr kennt heideggers sprachbegriff dagegen muss sich um ein sprachideal nicht scheren weil es in einem bestimmten sinne mit seinem sprachbegriff koinzidiert da die scholastischen kategorien und termini bereits ausgangspunkt sind hat die reflektion auf den sinngehalt der sie ausdrückenden wörter ja bereits stattgefunden das modell des scholastischen schulateins enthält die logischen bestimmungen bereits da fragt er nur noch teleologisch was die sprache zu leisten hat wenn es ihr gelingen soll den außersprachlichen sinn angemessen ausdruck zu verleihen logik und sprache werden gerettet oder genauer die logik durch eine bestimmte deutung der sprache nach der die wort bedeutung das mannigfaltige nicht verfehlten sondern bestimmte formungen und umbildungen darstellen diese aber so schließt heidegger finden in bedeutung bereits die möglichkeit der funktionen solcher umbildung die not der sprache von dem mannigfaltigen zu versagen wird zur tugend der das mannigfaltige vernichtenden und klassifizierenden funktionen das heißt nur der erkenntnisgegenstand ist wahrhaft gegenstand das wird übersehen so heidegger weil diese erste leistung des denkens in der bildung der sprache bereits geleistet ist die vorwort bedeutung sind schon die kategoriale ausformung des gegebenen allerdings um den preis der hypostasierung des schulatein hatte hofer das kategoriale und die gegenständlich reinen bedeutung erst durch die absetzung vom mehrdeutigen gewonnen das ideale wesen aus den gegenständlichen bedeutung heraus lösen müssen so findet sich bei heidegger das kategoriale mit dem grammatischen zusammengeschlossen das eigene leben der sprache ist in wirklichkeit vernichten und sich selbst vernichten im phänomenologischen sprachbegriff abgestorben sprache wird mit sich entzweit die kategoriale gegen die kontingente seite ausgespielt der zweck den dingen nicht nur den namen sondern den richtigen namen zu geben stellt sich hier nicht phänomenologie als ontologie kann mit dem anspruch sprachgehalt zu sein umso besser an der sprach geschalt umso besser sich an der sprachgestalt vergehen die vorgängige beschäftigung mit bedeutungslehre soll für jede sprachphilosophie als unerlässliche bedingungen gelten die bedeutungslehre griebt die wurzeln aus die letzten theoretischen fondamente aus und in seiner zeit scheint die wurzel nun selber angebbar zu sein dort heißt es die bedeutungslehre ist in der ontologie des daseins verwurzelt ihr gedeihen und verderben hängt am schicksal dieser aber bedeutet das wirklich ein neues wird durch diese ontologie die bedeutungslehre als ein erstes außer kraft gesetzt diese sucht nach den letzten theoretischen fundamenten die der fundamental und die heißen existenzial ein schritt von der reinen logik zur ontologie zitiere noch mal das auch seiner zeit weil für das sein des da das heißt befindlichkeit und verstehen die rede konstruktiv ist da sein aber besagt in der welt sein hat das da sein als redendes in seien sich schon ausgesprochen das da sein hat sprache das da sein müssen nicht nur menschen sein könnten jetzt auch außerirdische sein oder das muss nur diese bedingungen die ontologie des daseins beansprucht etwas von grund aus anderes und neues zu sagen aber worin besteht dies anders sein heidecker fragt nach dem sein oder sinn des seins die frage nach dem sein soll die grundfrage sein nun behauptet heidecker in seiner zeit noch in der sprache traditioneller metaphysik das da sein sei das sein oder seins art des menschen anthropologie und metaphysik humanismus humanität wird so umgedeutet das sein des seinen so heißt es allerdings ist nicht ein seiendes ich zitiere jetzt noch mal aus den schwarzen heften also eine variante die auch näher beleuchtet was da sein eigentlich wirklich heißt also auch den kollektivismus das da eins betrifft dort heißt es hatte man nur im groben des seins frage begriffen das heißt dass das überhaupt die frage ist seit platon bis zu hegel ist es keine mehr und was noch kommt zählt überhaupt nicht hatte man nur dies begriffen dann hatte man sein und zeit nicht als anthropologie oder als existenz philosophie missdeuten und missbrauchen können man hatte kaum gesehen dass die betonung des einzelnen und der einzelheit der existenz nur ein gegenstoß ist gegen bewusstseins und objekts und seelen und lebens missdeutung des daseins das aber nicht die einzelnen des existierenden einzelnen problemen sondern nur ein zufälliger durchgang zur alle einheit des daseins wollen die alle einheit des seins geschieht also original texte sind immer bindestrich nicht da strich seins die frage nach dem sinn des seins oder designs frage sei seit platon und aristoteles verstummt das heißt das sein vom seinen abzuheben was die aufgabe der ontologie sei philosophie ontologie und fenomenologie fordern einander eigentlich also eigentliche philosophie sei ontologie ontologie sei fenomenologie weil sie deren maxime des zu den sachen selbst erheische es ginge somit nur um die differenzierung von methode und gegenstand aber im wort fundamental ontologie steckt ja schon dass die ontologie aus der traditionelle alles begründet wurde selber noch einmal eines fundaments bedarf das seien selbst zu dem dass da sein sich so oder so verhalten kann und verhält nennt heidegger existenz was von der alten existenz ja oder ersten substanz unterscheidet welche heidegger vorhandenheit nennt während der existenz von existere herausstehen her versteht nicht also herausstehen aus dem nichts ontologie und fenomenologie das ist jetzt wieder seiner zeit sind nicht zwei verschiedene disziplinen neben anderen zur philosophie gehörigen die beiden titel charakterisieren die philosophie selbst nach gegenstand und behandlungsart philosophie ist universale fenomenologische ontologie ausgehend von hermeneutik des daseins die als analytik der existenz das ende des leitfadens alles philosophischen fragens dort festgemacht hat woraus es entspringt und wohin ist zurückschlägt der paragraf 6 von sein und zeit ist mit die aufgabe der destruktion der geschichte der ontologie überschrieben was dazu dient ein unbehelligten neu anfang zu machen nicht das ist sehr kennzeichen für heidegger unbehelligte neuanfang wir kennen das aus der heutigen zeit also alle die sich postmodern nennen haben immer vor etwas ungehörtes unerhörtes neues zu machen bieten dann aber meistens immer dass das alte im frischen gewandt dann auf aber die gleichsetzung von phänomenologie und ontologie hat wie wir aus der duns quotos arbeit sehen konnten doch konsequenzen die den ontologischen anspruch auf ursprünglichkeit und fundament in frage stellen müssen das ende des wegweisers des philosophischen fragens wird ja festgemacht am da sein also der seins art des menschen die eine umdeutung und andersbewertung aristotelischer begriffe darstellen die seinsweisen also des seien denn nicht die heidegger in sein und zeit formuliert sind vorhandenheit zuhandenheit und da sein und sie entsprechen also den klassischen begriffen der aristotelischen theorie vor dieses und praxis die aber bei heidegger dann eine ganz andere wertung erhalten theorie also bios theoretikos oder die vita contemplative wie es im lateinischen mittelalter hieß galt in der aristotelischen tradition noch als das höchste was deren traditionelle ontologie seit den iliaten suchte war das sein im sinn von einheit und unveränderlichkeit während heidegger designs und substanz metaphysik von seinem verständnis von geschichtlichkeit her abweist das da sein dass er durch eine temporale struktur gekennzeichnet ist das vorlaufen zum tode genießt und des ontologischen vorrang gegenüber anderen seienden fenomenologie ist die ontologie sofern sie bedeutungsanalyse ist auf das fragen kommt es an weil das erfragte schon im gefragten liegt was auf ein ontologisches argument hinausläuft wie es beispielsweise im ontologischen gottesbeweis vorliegt oder etwas anderes finde ich wieder geschlechterunterschied bei judith butler sich nicht an der gegenständlichkeit der geschlechtsorgane festmacht sondern an solcher bedeutungsverleihung jemand sei männlich weiblich oder in einer queeren weise etwas anderes so steckt schon hier in der fragestellung das erfragte was bei heidegger das sein selbst dass die ganze metaphysische tradition verstelle und vergesse noch mal heidegger das da sein ist ein seiendes das nicht nur unter anderem seienden vorkommt es ist vielmehr dadurch und tisch ausgezeichnet dass es diesem seienden in seinem seien um dieses seien selbst geht zu dieser seins verfassung des daseins gehört aber dann dass es in seinem seien zu diesem seien ein seinsverhältnis hat und dies wiederum besagt da sein versteht sich in irgendeiner weise und ausdrücklichkeit in seinem seien diesem seienden eignet das mit und durch sein sein dieses ihm selbst erschlossen ist seins verständnis ist selbst eine seins bestimmtheit des daseins die unterste auszeichnung des daseins liegt darin dass es ontologisch ist also das ist ja die ausnahme das da sein nicht dass ein und tisch ist dann und logisch ist das sein ist nur vom dasein her zu verstehen dieses ist aber nicht das menschliche individuum sondern deren seinsweise als volksgemeinschaft nicht gesellschaft welche bei heidegger ja durch die anonymität des mann bezeichnet nur ein geschichtliches volk ist wahrhaft ein volk geschichtlich aber ist es nur wenn es geschieht aus dem grunde der mitte des seins wenn das zwischen da ist wenn die halbgötter die schaffenden das geschehen als geschichte erwirten also kommt in der schrift über hölderlin war das ein geschichtliches volk ist als volk nur gemeinschaft wenn es wenn diese es weiß und das heißt will dass gemeinschaft als geschichtliche nur sein kann wenn jene anderen als die anderen ihr anders sein wagen und austragen diese notwendigkeit des anders seins der anderen ist allerdings nicht der freie brief für jeden kleinen eigensinnigen und eitlen für die nur verdrießlichen und unfruchtbaren die ihre bloßes abseits stehen schon für eine leistung halten die notwendigkeit der andere zu sein ist nur aus der not und für die not der wirklich schaffenden das heißt auf dem grunde des gewirkten werkes wir können hierbei durchaus und müssen das sogar an das verhältnis von öffentlichen freund und feindbar karl schmidt denken denn gemeinschaft grenzt ja vorab aus was nicht zu ihr gehören soll ich hätte jetzt noch ein zitat wo heidegger selber das mit dem feind schreibt das lasse ich aber weg kann ich in der diskussion eine weitere textstelle zeigt auf dass diese durchaus auf die kameradschaft von soldaten hinausläuft im grunde auf die militarisierung der ganzen gesellschaft diese ursprüngliche gemeinschaft schreibt er entsteht nicht erst durch das aufnehmen gegenseitiger beziehung so entsteht nur gesellschaft sondern gemeinschaft ist durch die vorgängige bindung jedes einzelnen an das was jeden einzelnen überhöhend bindet und bestimmt solches muss offenbar sein was weder der einzelne für sich noch die gemeinschaft als solche ist die kameradschaft der frontsoldaten hat weder darin ihren grund dass man sich zusammenfinden musste weil andere menschen dem man fern war fehlten noch auch darin dass man sich auf eine gemeinsame begeisterung erst verabredete sondern im tiefsten und einzigen darin dass die nähe des todes als eines opfers jeden zuvor in die gleiche nichtigkeit stellte so dass diese die quelle des unbedingten zueinander gehörens wurde gerade der tod den jede einzelne mensch für sich sterben muss der jeden einzelnen aufs äußerste auf sich vereinzelt gerade der tod und die bereitschaft zu seinem opfer schafft allererst zuvor den raum der gemeinschaft aus dem die kameradschaft entspringt also entspringt die kameradschaft aus der angst nein und ja nein wenn man wie der spießbürger unter angst nur das hilflose beben einer kopflosen feigheit versteht ja wenn angst begriffen wird als die nur einer höchsten selbstständigkeit und bereitschaft geschenkte metaphysische nähe zum unbedingten da sage mal einer er sei also nicht irgendwie nationalistisch gewesen eine wesentliche textstelle macht deutlich wie heideggers aristoteles umfälscht da dieser ja das was das was war dies zu sein als wesen begreift und nicht wie heidegger wesen verbal interpretiert also wie beim wort verwesen nicht das ist dann das wesen so wenn das sein ist das wesen also dass das sein wäst also also wenn sowie eine pflanze verwest nicht so wäst es gibt verschiedene varianten also heidegger hat sein alles immer modifiziert nicht irgendwann redet er dann vom ereignis und da ist das ist es sein dann ja in begriffen sozusagen vom ereignis nicht es ist also ein seins ereignis ist natürlich immer noch gemeint ja im aber ich möchte zum schluss jetzt doch noch mal ein zitat noch mal bringen dass jetzt adorno dann zurückführt nicht und klar macht dass kein sein ohne sein ist also das wie also heidegger schrieb das über die charakteristik des daseins in seiner zeit und aus dieser charakteristik des daseins ergibt sich also ein doppeltes das wesen dieses seinen liegt in seinem zu sein das was sein essenzia dieses seienden muss sofern überhaupt davon gesprochen werden kann aus seinem sein existenz ja begriffen werden dabei ist gerade die ontologische aufgabe zu zeigen dass wenn wir für das sein dieses seienden die bezeichnung existenz wählen dieser titel nicht die ontologische bedeutung des überlieferten terminus existenz ja hat und haben kann existenz ja wie sagt ontologisch ist in der klassischen unterdruck nicht nicht der halt der klassischen nicht so viel wie vorhanden sein eine seinsart die dem seinen vom charakter des daseins wesens mäßig nicht zukommt also jetzt nicht an die dame ohne unterleitung aber eine verwirrung wird dadurch vermieden dass wir für den titel existenz ja immer den interpretierenden ausdruck vorhandenheit gebrauchen und existenz als seinsbestimmung allein dem dasein zuweisen das wesen des daseins liegt in seiner existenz die an diesem sein den herausstellbaren charaktere sind daher nicht vorhandene eigenschaften eines so und so aussehenden vorhandenen seienden sondern je ihm mögliche weisen zu sein und nur das alles so sein dieses seinen ist primär sein daher drückt der titel dasein mit dem wir dieses seine bezeichnen bezeichnen nicht sein was aus wie tisch haus baum sondern das seien das seien das ist der zweite punkt darum ist diesem seinen seinen seien geht ist je meines dasein ist daher nie ontologisch zu fassen als fall und exemplar einer gattung von seienden als vorhandenen diesem seienden ist sein sein gleichgültig genau gesehen es ist so dass ihm sein sein weder gleichgültig noch ungleichgültig sein kann das ansprechen von da sein muss gemäß dem charakter der jemeinigkeit dieses seinen stets das personalpronomen sagen ich bin du bist das müsste jetzt auch klar gewesen wo man erstmal auf diese kollektivität des daseins und die seins art hinweisen muss mich was solche kategorien wie je meinigkeit suggerieren ja in die realität die aber da gar nicht gemeint ist nicht